Es ist wieder soweit. Das große, fette Grußvideo. Fangen wir an. Moffan, 08 Sasuke, Pavlos da Foxy, Prof Eichel, Geheimagent Melone, Langeweile gibt es nicht, Horror John, Tyler Sobeck, XXWolfiModsXX, Fabiano Pastor, Nathalie Freddy Fazbear Fan, Kia XD, Medusa Kelch Geisterkatzen Guy, MaxAx5000 The Best, Xavier Opas, Fries Kentucky, Sandra the Horror Freak LOL, Italy Pro Games X Clash Royale X, Lifestyle, Storte Baker 2017, der Django Skywalker, LOL LP HD und Ersin Babo 92. Ja, war wieder eine kleine, feine Liste. Und bevor ich jetzt das Video beende, möchte ich nochmal erwähnen, Folge 52 ist ja die letzte Folge vom Grußformat, danach wird das Format beendet. Und Folge 52 kommt jetzt nicht nächste Woche, sondern erst in zwei Wochen, einfach aus dem Grund, dass ich mehr Leute in die finale Folge reinpacke. Ich möchte auch nochmal erwähnen, wenn ich's Grußformat beende, ich werde es grüßen, nicht in meine normalen Videos integrieren. Alles hat irgendwann mal ein Ende. Grüß an Sie einmal, ich hoffe es hat euch gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.